Herzlich willkommen, Leute! Ihr wisst, wie es ist. Ah, papp, ah, ich muss die Tester doch zu machen. Wie nehm ich den Champion? Nee, muss nur reinlaufen. Wie nehm ich den Champion? Ah, hab ich. Nee, hab ich nicht. Da bin ich, da bin ich. Ah, Leute. Wie soll ich jetzt wählen? Ja, hier. An meiner Seite. Fless, Bahad mit Bahad, Kalle und Anakimia aka Tim. Ich bin ein Däger. Die sind, glaube ich, alle super bad in TFT. Aber ich dachte, das ist ja eigentlich ganz wichtig, mal mit mehreren Leuten zu spielen. Wir nehmen den Satz über TTT auf. Jetzt allerdings TFT. Ja, weil Kutscha nicht da ist. Ja, äh, nicht nur bei Kutscha nicht. Nee, das hat mit Kutscha nichts zu tun, das haben wir auch so besprochen. Ja, das, äh, Kutscha ist nicht Dreh- und Angelpunkt unserer sozialen Gruppe. So, schon. Das müssen wir nochmal betonen. Ja, aber alle Leute, die TTT sind, wollten, Kutscha schuld und der hasst euch. In alle Sinne wie auch. Ich hab die erste Runde geschehen. Äh, okay. Ja, ihr wisst, Fless, Tonmanagen, das ist immer so eine Sache, ne? Über Laufe dieser Folge wird er sich mehr und mehr einpegeln. Bin ich übersteuert? Nee, 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 gar nicht. Hier warte fixig. Nee, du bist wirklich nicht übersteuert, bitte nicht. So. Mann, nee. Man tut okay. Don't do it. All good. Warum lügst du mich dann an? Ja, weil, ja, fand ich ganz witzig. Nee, ich muss dich leider wieder einen Ticken lauter machen. Ich hab' ich einfach... Nee, 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 nee. Sechs Dezibel sind's heute. Ja, Leute, ne? Ich hab' mich so laut, dass mich die Leute alle gut hören können, okay? Ja, ja, mach' ich, absolut. Danke. TFT, wie viel TFT habt ihr denn schon gespielt, Jungs? Null. Also ich hab' locker schon so zehn Stunden drin. Zehn Stunden, okay. Und Fless hat zwei gesagt? Ich hab' so 20 Stunden in der Warteschlange verbracht, das hat auch viel Spaß gemacht. Also ich hab' vielleicht so um die 20 Games oder so, keine Ahnung. 20 Games, okay. Ich war weder in der Warteschlange noch, hab' ich ein Game gespielt bis jetzt. Okay, okay. Nice. Wie, wie heißt du denn? Timmy der Hund? Ja. Timmy der Hund. Okay, okay. Äh, generell, das, das Grundprinzip kennst du aber, oder? Oder brauchst du ein paar Tipps? Äh, ich hab' jetzt hier dreimal Nidali, die kaufe ich alle, ne, weil ich Nidali-Main bin, oder? Ja. Jetzt haben wir vier Wochen lang TFT gespielt und er kannte das Grundprinzip nicht, als ob das bei TFT so gespielt hat. Das ist ein bisschen sad, aber auch ein bisschen true. Oh, ja, Baby. Hier hat einfach einer reingesuppt. Wer? Geil. Ja, danke für den Sub. Danke für den Sub. Wooo! Johnny Armin. Ja, wie viel Uhr haben wir? 11.30 Uhr rum so, Jungs. Aber normalerweise hab' ich die zweite Aufnahme, also war Lucky Punch. Äh, sonst immer so um 12, ne? Ähm, danke, trotzdem. Sag' ich nicht Nein zu. Man muss doch die gleichen Typen, warum hab ich jetzt zweimal Vayne auf dem Feld? Äh, weil du drei Einheiten setzen konntest. Aber du hast wirklich noch nie gespielt? Oh. Ja, wirklich noch nie gespielt? Ja, wirklich noch nie gespielt, ja. Oh, 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 oh. Tim, du kommst als erstes langen Karussell, das ist super. Dann ist Tim ja ein Freewin. Nee, Tim ist ein Freewin. Das ist halt fertig Letzter. Tim hat ein Noble. Der, der, der macht dich gerade weg mit, der kommt. Double Vayne ist sogar die einzige Double Unit, die richtig strong ist. Ach stimmt. Du guckst auch schon ein bisschen rum, oder? Ja, aber ich hab' ja zwei Zweier-Units, von denen willst du ja ficken. Wen willst du ja ficken? Ey, Alter! Ich glaub', ich bin schon richtig gut dabei. Ja. Jetzt ist er vom Alkohol-Piegel her? Jaaaa! Jaaaa! Alter, what the fuck? Alter. What the fuck? Das hier ist schon wieder ein fucking Joke, ne? I'm a sorry, guys. But who needs a heart when a heart can be broken? Alter, Johnny geht auf den Heiz. Was? Nein. Das würd' ich niemals behaupten. So, gegen wen spiel' ich jetzt? Gegen einen von euch? Oh, gegen Blisk! Komm ran, du Lappen. Oh, Junge, ich gegen Timmy. Hoffentlich verliere ich. Ich spiel' gegen einen der Randoms, aber einer der Randoms hat ja einfach ein Kasadin 2. Joke, dein Kasadin ist ja komplett broken. Ja, der Smurfs! Ja, Kasadin ist zu strong leider. Was? Den mach' ich ja gar keinen Schaden. So, ich hab' keine Einheit verloren, ich würd's nur sagen. Der kriegt leider ein Schild. Ich hab's ihm komplett fertig gemacht. So, darf jetzt irgendwer in meiner Units mal ulten, oder das ist jetzt hier offiziell wegen Kasadin komplett verboten. Klasse. Klasse. Warte, ich muss mal hier kurz bei euch gucken. Der trifft euch jetzt wohl nicht beide, oder? Ah, da. Ah, du gewinnst grad, Johnny. Ja, aber das dauert, glaub' ich, länger als die Runde. Ah, nee. Ich dachte schon, ich schaff's nicht in der Zeit, darum. Das wär' ein bisschen traurig. Wenn die Runde vorbei ist, dann kriegen einfach alle Leute Schaden, je nachdem. Ja, die kriegen Schaden, aber meiner Erfahrung nach ist, dass die Winning Streak ist nicht vorbei. Das ist ein bisschen weird. Ähm, das hat mich jetzt auch, äh, bis hierhin eher überrascht. Wie kriegt man Items? Äh, die PVE-Rindung. Die PVE-Rindung. Du siehst ganz oben, siehst so ne Anzeige. Das, was in zwei Feldern kommt, dann ist das Karussell. Und das, was in vier Feldern kommt, ist ne Creep-Round. Okay. Gibt's eigentlich ne Option, die feste Kamera auszumachen? Weil das ist das einzige, was mich so stört an dem Game-Mode. Nee, aber... Schade. Ja, das stört ja auch nicht. Ich hab nicht so das Gefühl, jetzt über die Map zu roam mit der Kamera. Ich weiß... Also ich guck halt immer bei den Leuten mit der Maus rein. Nee, das ist mir vollkommen egal. Ich will halt einfach über die Map laufen können, ohne dass sich meine Kamera die ganze Zeit mitbewegt. Du Bart! Alter, es sieht aus, als würde ich gewinnen. Oder? Ich bin auf drei. Okay, doch nicht. Ich bin auf drei. Ich bin auf drei. Hey. Mit der Rückrunde, das hab ich noch nicht so verstanden. Das fragst du dich jetzt. Du sprichst zweimal gegen den Gleichen? Gut, ey, ich komm im Karussell jetzt schnell dran. Sorry, Johnny, deine Folge, ne? Ja, alles gut. Ich bin gerade eh sehr, sehr fasziniert. Ich guck auch mal bei dir rein. Ich bin sehr fasziniert. Ja, davon, dass ich nur drei Einheiten hatte bisher. Das ist natürlich was Mysteriöses. Der ist ja halt einfach terrible, ne? Aber ich will ja nicht beleidigend wirken. Ähm, ja. Das ist ne merkwürdige Kurve hier. Aber willst du eigentlich nicht so viel Leben haben in der ersten Runde noch, oder? Kommt drauf an, ne? Also, ich soll, ich gehe halt für Winning Streaks, so. Da kannst du es halt schon machen, ne? Ja. Ja, okay. Ich gehe für Winning Streaks, weil ich will einfach mal gewinnen. Ja, ja. Ja, ne? Ich mein. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Jetzt gegen Johnny. Oh, weier. Ei, du. Was hast du denn? Ist das ein Pike 2? Ja, ja, ja. Aber du hast ja richtig Items. Die will ich auch. Aber ich krieg dich nicht down, oder? Doch, ich glaube schon. Bei deinem Pike liegt doch. Johnny! Johnny! Oh, mit dem Red Buff jetzt noch schön das Burn. Guck's dir an. Nein, und du hast Flacial irgendwas. Aber es langt, oder? Ja, es langt. Es muss lang. Das schaffst du. Das schaffst du. Das schaffst du. Das schaffst du. Ah, krieg ich doch 10 Sekunden ausgerufen. Aber die ist gar nicht Glacial, ist ja nur die Old von Ash. Ist nur die Ash, ne? Wo macht denn hier eure Kamera da hin? Kamera ganz unten rechts, du verdeckst die Minimap, weil die niemanden juckt. Ja, die juckt die niemanden, ne? Das stimmt. Super, danke für dich. Mann, das tat weh. Gerne. Das Problem ist jetzt, ich bin der Letzte, der sich hier was aussuchen darf. Das ist ein bisschen blöd. Ja. Nein, wie kann ich die abgeben? Wie kann ich die abgeben? Gar nicht. Nicht! Really! Du nimmst immer das Erste, was du angeht. Ich wollt die Eve. Aber du musst jetzt probieren, andere Leute in die falschen Charaktere zu blocken. Ich wollte die Evelyn. Pass auf, wir stellen uns jetzt vor Kalle beide, Tim. Komm mal mit hier oben. So, wir blocken den jetzt halt komplett weg gleich. Johnny ist hier der Beste. Geh weg. Du hast mich grad besiegt, du bist jetzt offiziell der Beste. Auf geht's, Kalle blocken! Hey Leute. Wo ist er denn? Hey! Ja! Wer ist er? Du hast die Eve jetzt verloren. Ja, ich brauch die doch, ich hab doch Assassins gebaut. Arschkopf. Ich wollt das Item haben. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr euch richtig für Kalle ärgert gerade. Ja, danke. Danke, danke, dass du hier die Kommentare ein bisschen anheizt, ne? Mach ich immer. Auf dich kann man sich verlassen. Ja. Ja. Ja, jetzt sind wir natürlich ein bisschen spät für Biest hier, aber das wird schon. Ah. Ja, wie läuft's bei euch so, ne? Ja! Ich hab, wie viele Items habt ihr? Ich hab noch gar nicht gespitzt heute. Zwei! Wie viele Teil-Items habt ihr? Zwei! Du kannst nicht, du kannst nicht zwei haben. Doch, ich hab zwei. Zwei. Ich hab nichts gedroppt bekommen. Guys, ich kämpfe jetzt gegen den letzten Platz. Habe ich ne Chance? Hast du? Ja. Klar! Timmy, der Hund. Oh, warte! Oh, Jona! Das ist die Noble-Passive. Oh, ah! Das sieht nicht gut aus, glaub ich, oder? Noch eine bitte! Komm, mach den Darius. Na, dann ist doch alles okay. Schon wieder verloren. Es löppt der Lachs. Timmy, du machst das doch. Lachs, der Löw. Ah ne, du bist der andere. Wie soll ich das denn machen? Hey! Du machst das gar nicht. Das sieht ja auch nicht gut aus. Ja, der andere hat aber auch böse Items, muss man sagen. Das ist unangenehm. Ich versteh das Spiel nicht. Ah, doch, du schaffst das. Das war bei TTT auch so und wir hatten trotzdem Spaß. Du nicht. Und ich versteh's immer noch nicht. Ich krieg gar nicht, was ich brauche. Shame. Das passiert sonst gar nicht bei dem Spiel. Warum krieg ich denn nur Dämonen und so ne Scheiße? Warum krieg ich keine Items? Und warum legt der eigentlich Struck? Nee. Wie, 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 warum? Muss doch nicht sein, oder? Hä? Boah, scheiße. Alter! Ich kann auch aus irgendwelchen Gründen nicht mehr zwischen den Spielern hin und her swappen, sondern wenn ich Q und R drücke oder so, um halt zwischen den Perspektiven hin und her zu wechseln, seh ich nur mich auf der anderen Seite des Spielfeldes. Jolly, grüß dich. Ich bin Free Win übrigens. Nee, du hast den Aurelion. Ey, Vlesk, was geht? Du musst den Aurelion unbedingt nach hinten machen. Einer der stärksten Units. Echt? Der hat 5 Level 2er? Ja. Wenn du jetzt gleich die Ultimate von ihm siehst, da wirst du es sehen. Der geht komplett hin. Du hast hier sogar Sorcerer. Sorry. Hast du das gesehen? Richtig lecker. Ich hatte ja am meisten Chance bisher. Ja, du hast hier jetzt einen Aurelion. Ist Aurelion gut? Ja, du gehst für eine Sorcerer Cop. Du hast Mugena Aurelion, die tust dir jetzt schön nach hinten, dann holst du dir noch einen Mage und dann holst du dir die Runde, Tim. Geil, Alter, nice. Nee, geh nicht auf Sorcerers. Also du sagst ein big comeback, oder was? Ich verarsch dich voll. Bin ich auf Sorcerer? Ich glaub Johnny. Ich glaub Johnny. Fuck, Alter. Du kannst mir glauben. Ja, halt auf Sorcerer, du Affe. Da klauen wir meine Units. Du Affe. Ja. Uh. Ja, jetzt wird es natürlich hier ein bisschen spannend. Hm. Klar eine Nörung. Scheiß auf Sorcerer. Teil mir hier nicht die Units mit dir. Wenn er das hat, will ich nicht mehr. Ja. Richtig. Ehre. 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 Was ist eigentlich Öse, Leute? Tim war's Öse, ich versteh das nicht. Öse ist das neue Ehre. Öse, damit angelt man doch, oder? Nein, ist so... Aber nur bei dir, oder? Ich mag Ehre mehr, ehrlich gesagt. Nee, Öse ist cooler. Boah. Weiß ich nicht. Ja, aber ich bin ja auch nicht cool. Genau, das ist nicht so... Ich bin der, der immer alles gleich macht wie die anderen. Ach so, das ist so... Ah, hm. Okay. Junge. Das ist für die coolen Kids, weißt du? Krieg nicht mal die Gole bis hin, Alter. Ja. Oh doch, ich hab ein Item gekriegt. Alien, please. Ja. Pock. 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 Ich hab halt drei Items, ne? Damit kannst du halt nicht so viel anfangen. Wären wir ehrlich sind. Ja, da höre ich jetzt aber auch schon wieder ein bisschen Mimimi raus bei dir, ne? Ja. Ich möchte ja ein bisschen positivere Energie, wenn das nicht ist. Oh, Mann, wenn ein Item stocken... Karne, wie läuft's bei dir? Du bist doch so ein positiver junger Kerl. Ja, läuft nicht so gut. Ah, gut. Das war aber sehr positiv von dir. Äh, ich hab's probiert. So, was kriegen wir hier? Ja, wobei, so schlimm ist es auch gar nicht. Ich hätte halt mit Blitzcrank gehen sollen, ne? Das ist die OP-ste Einheit im gesamten Game. Nope. Warte mal. Assassin Blitzcrank? Ich bin strong. Ja, also Soda hat ja Full-AP-Blitzcrank gespielt und... Das ist auch eine OP-ste. Der ist bei einem Stream, der ist richtig ausgerastet, weil ich sein Video nicht angucken wollte. Dann hat er einen kleinen Mental Breakdown gehabt. Gib jetzt meiner Vayne einfach Morello. Das ist ne gute Idee. Ne, gib deiner... Was hast du denn? Warte, ich komm mal gucken, Flask. Das ist ne Mega-Idee. Hi. Ähm. Hi. Tim. Ich gewinn gegen Bart. Ja, natürlich. Ich hab ja auch nur vier Einheiten. Oh, nee. Was ist das? Warum gewinn ich gegen dich? Weil ich nur vier Einheiten hab. Du machst mich ja, oder was? Ja schon wieder. Das ist ja komplett lächerlich. Oh mein Gott, Tim! Was hast du denn? Ich hab' dich ganz hingeguckt. Ja, ich war's da auch gar n bisschen aus. Ähm. Na, ich glaube zwei Rage-Blade-Tristaner eigentlich nur. Achso. Mh-mhm. Nee, du hast auch Recessants hier, oder? Seh' ich da noch. Ja, ja. Den Pike hast du wahrscheinlich auch noch. Ja, ja. Ich hab gerade meine erste TF-T-Runde gewonnen. Ja, geil, Tim! Ich glaub' an dich. Du schaffst das. Öre, 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 beide gekauft. Öres Möhre, Möhre, Bröhre. Wie kriegt man Champ auf Level 3? Äh, du brauchst 3x2. Also, 3x1 Stufe 2. 3x Level 2 Units? Ja. Ja. Achso, neun insgesamt. Okay. Mathe-Mann. Mathe-Mann, sag mir, warum bist du so schlau? Warum kennst du ganz genau den Weihnachtshorn schon jedem Kind? Mathe-Mann. Äh, gibt Dinge. Mist, ich hab... Ja, Oskar hat einfach schon 6 Einheiten. Oh, Kalle Grof! Mach's mich ja komplett lang. Den machen wir weg. Oh, das wird... Au, das wird... Merk schon, Johnny hat voll die hohe Hedo, deswegen... Da bringt die auch deinen... Nee, 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 ich bin extra auf den Andern. Hat irgendwie leider immer schon alles. Kein Normal-Game gemacht. Ist der gestunt? Au, au, au! Au, au, au! Geist, Karussell, Erster. Aber man muss das immer positiv sehen. Ja, immer positiv denken. Und ich hab irgendwie es überhaupt nicht geschafft, einen Witzflug hinzukriegen, weil Kalle mich immer dann gefickt hat, wenn ich grad wieder einen hatte. Ich hab mich immer dann gefickt, wenn wir uns gesehen haben. Auf dich, Timmy! Alter! Guck mal da, Tim hat es. So gut. Ich kann euch halt nicht mehr zusehen. Was ist denn das? Das will auch keiner sehen, will ich ehrlich. Mach dich nicht schlechter, als du bist, Kalle. Mhm. Nee. Mhm. Mhm. Okay, fuck das. Jetzt noch Items gegen Champions gegen, die man braucht. Das wär super. Das wär ... Aber das wär auch ein bisschen OP, ne? Das ist ja nicht übertreiben. Mhm. Ja. Der macht hier völlig im Griff. Weihnachtsmann. 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 Ja, ein bisschen mehr Items würde ich mir auch wünschen. Oh, jetzt gegen Tim. Oh, Kalle. Oh, gegen Bart. Ei, ei, ei. Nee, nicht in der Backline, Junge. Na, der ist natürlich ... Aber in Level 1, Kasich. Bei dem muss doch jedenfalls eins sein. Aber das sieht ja gar nicht gut aus. Du hast Wayne mit Morelos? Ja, sag ich doch. Der Kasim ist broken, ne? Ja, Ehre. Ja, da muss sagen wir, der ... Hier drei Wayne und so. Ah, Flask. Hey, wie sagst du die? Weil ich die spielen wollte. So. Dann dachte ich mir so, hey, jetzt sind hier drei Wayne. Da seh ich mich aber. Ganz schön, ganz schön illegal, ne? Das tut gut weh. Ui, ui, ui. Wen nehm ich denn jetzt? Ei, ei, ei. Also der Aurelion. Du nimmst den. Du willst den Aurelion. Hey, ein Raven. Ach nee. Ich verkauf den einfach. Ich will nur das ... Ich verkauf den Rekursivpunkt. Oh, ich hab ihn gekriegt. Du willst denen jetzt doch den Tier geben. Die F-Tier ist ein gutes Item für dich. Für Aurelion? Ja. Nein. Die F-Tier. Also nehm ich auch noch die Tristana mit. Ja, klar. So. Ja, weh, weh, weh. Das wird schon gut. Ich hab dir eh nen Brief geschrieben, dass dich alle Kinder lieben und ich hoffe du liebst doch mich. Weihnachtsmann. Ich schaff's aber auch echt jedes Game so zu tun, als wär ich dumm. Ich hab dir vor allem, was du so tust. Ehre. Ehre. Oh. 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 Was ist das? Was? Oh nein, Juna. Oh, hallo. Oh, Tim. Hier ist gut. Alter, du spinnst so ne ekelhafte Kasarin-Kombo hier, oder was? Voll unfair. Tim. Ist ja ne komplette Frechheit. Ich versteh das irgendwie noch nicht. Aber du hast... Vayne hier mit Dings ist es nicht auch... Ja, aber du hast ne Einheit zu viel. Ja, aber nicht mehr so broken wie früher. Das Item wurde genervt. Äh. Ich mach aber kein Damage mehr. Nö. Oh, da kommt Aurelion. Der Oskar, der ist ein bisschen gefährlich. Den müssen wir klein halten. Timmy? Ach, Timmy! Timmy! Hab ich! Oh! Du Loser! Alter. Ist man ein bisschen entspannter als dieses TTT, oder? Ja, ich muss sagen, das gefällt mir auch viel besser. Viel freundlicher, alle. Halt deinen Maul. Okay, krass. Das muss doch jetzt kommen, oder nicht? Ja, schon, aber... Oder nicht? Ausgerechnet von dir, bei dir hatte ich noch Vertrauen. Ich dachte, weißt du... Ach du, das ist doch vorbei. Vertrauen. Alter. Das klingt jetzt richtig fies. Aber das ist schon richtig, dass man ab und zu auch XP kauft, ne? Für Level-Ups. Ja, 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 ab und zu schon. Was bist du denn grad für ein Level? Sechs? Ja, klasse. Wie viel Gold hast du? Verstehst du das Gold-Prinzip? Äh, ja, ja. Also, wenn du zehn hast, kriegst du einen extra, ne? So. Das ist ein Zins-Prinzip. Nee, wenn ich zehn hab, krieg ich einen extra. Ach so, oh lol, wenn ich mehr Gold hab... Ja. Ja, okay, du verstehst du also nicht. Ja, also doch, doch, klar, hast du verstanden. Ja, jetzt. Ja, klasse, klasse. Genau. Aber wir spielen grad gegeneinander. Jo, und das sah gar nicht mal so schlecht aus. Oh, du kannst sogar noch gewinnen, weil er hat diesen Nobel-Buff. Deine Vayne. Aber die wird ganz schön viel CC'd, weil ich Glacier... Oh, Juga, du bist bald weg. Ja, ich auch. Ey, warum werd ich denn alle fünf Sekunden gestunt? Ja, das ist die Glacier-Copper, aber ich hab nicht genug Schaden, um mich zu besiegen. Das heißt, entweder geht's unentschieden aus, oder du gewinnst. Fünf Sekunden noch. Ich hab Morello. Ja, aber... Du burnst down! Was? Nein! Du brennst! Nee! Ja! Sag ich ja, Morello, ey, das ist der Shit. Ich revolutionier das Spiel. Ja, da hab ich überhaupt nicht gedacht, dass ich da sterben könnte. Einfach durch Morellos downgeburnt. What the actual fuck? Okay, das... Die springe deine Backline, Tim. Das heißt, entweder stehst du dich ganz... Ja, du kannst einfach so stehenbleiben. Danke, Johnny. Wobei, nee, stell mal den Garen eins mehr vor die Lulu. Du erst mal den Aurelion mit Blade dahinter. Der hat doch mehr Dings, oder nicht? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja! Du denkst ja richtig alt. Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. I'm a sorry. Ah, happens. Ich hab meine Lulu den Nobelbab. Das ist ja gut. Ja. Survival, Junge. Of the fittest. Survival of the dickest. Oh. Wow. Funny. Because it's true. Oh, man. Manche Dinge find ich einfach zu witzig dafür, wie sie... Die sind auch so dickest. Hey, witzig. Wegen Fett. Hab ich jetzt nicht verstanden, ne? Richtig, Junge. Why? So. Tammy, why? Hm, 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 hm. Ah, ja, schwierig, ne? Ich glaube... Ja, du glaubst. Ja, ich... Double Rage, Blade of Wayne ist immer noch, ne? Playable. Ja, ja, ist immer noch. Hey, Fleiß, Fleiß, Fleiß! Weck damit! Hey, hey! Hey, hey! Sorry, wenn ich, äh... Ja, Business nebenbei machen geht ja schon mal gar nicht. Oh, weia, Alter. Und dann noch so ein lautes... Ja, Items nassst du denn? Ach, Kalle, Assassin-Combo, ist dein Ernst? Ja, aber... Vein mit Double Rage Blade, ist dein Ernst? Ja, aber was soll ich machen? Ich hab ja schon Leben verloren, du. Ich doch auch. Oh, bist du denn so lowlife? Du machst mich doch komplett nass. Alter, der ist ja schon raus hier, der... Ja, weil ich gerade... Gerade geupgradet habe in meinem... Ah, Fleiß ist jetzt all in. Alles ist auf Risiko. Alles ist auf Risiko. Oh, wait, ich hab ja Items gekriegt. All in. All in. I'm ballin'. Rollin, rollin, rollin. Einfach Kacke ist das. Dann muss ich jetzt hier auch mal sagen. Mann. Einmal. Och. Danke. Manchmal. Ich muss mal einfach schreien. Mhm, 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 mhm. Ja, ja, ja. Als Option auf jeden Fall, ja. Klasse. Ich glaube, ein bisschen Trigger. Irgendjemand hat noch... Alter, dieser KDA-Ausgar, der Smurf ja komplett. Fliegt Johnny, flieg. Der Smurf. Oh, hallo. Behauptet Darts. Hallo Summen Rageplane. Bitte, äh... Gehen Sie bitte nicht stunnen, danke. Ah, der Stunnen. Alter, dass der Voli dann nicht... nicht so stand, wie er stehen soll, ne? Stunnen! Ciao, Ash. Da haben wir Einheiten gehabt, ne? Deswegen halt. Ja, irgendjemand muss ja der Glacier-Kombo-Einheit gebieten. Ja, die ist ja noch nicht online, ne? Spielen wir eigentlich auf Win oder spielen wir eigentlich so auf lustige Kombo? Ach so, das fragt man immer dann, wenn's grad gut bei einem Haus ist, ne? Gibt ihr euch eigentlich Mühe? Ja. Oder seid ihr so kacke, hm? Ja, ich mein ja nur, ich bin halt ein Löwe. Was seid ihr so kacke? Ja, oder wir machen das so erstmal. Ja, wir machen das erstmal so. Da wird jetzt keine Runden mehr verlieren, ne? Hm, schwierig. Auch nicht. Stimmt. Lässt das uns zusammentonen. Ah, Timmy, der Hund. Oh nein. Ich bin leider auch ein bisschen am trollen. Als ob wir jetzt schon wieder gegen die Assassin-Code spielen, ey. Aber du hast Aurelion 2 mit Spear of Sojin, das ist schon... Ja, das war voll noch echt reingeschäppert, muss ich sagen. Ja, der Chepard auch... Ui, da macht da Timmage! Hallo, hör doch auf jetzt hier. Komische Assassins. Hey, was anderes kann ich nicht. Bitte mach das nicht. Aber ich muss schon sagen, ein bisschen Glück ist dabei, was du unten in deinem Shop kriegst, oder nicht? Ja, ja, klar. Also... Ja. Das ist ein... Das ist wie Casino. Alter! Boah, das Spiel macht so krass Spaß! What did you do? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus! Ah! Ah! Ja! Ich bin am überlegen. Einfach ein Pidina rumgestanden, ey. Komm, wir müssen Kalle wieder blocken. Nee, das ist alles dumm. Du stark! Block mal den KDA-Boy, oder? Timmy, der Hund, was hast du denn da genommen? Ach nee! Was hast du denn? Das ist doch ein Sorcerer! Ja, aber der ist nur eine Einer-Unit. Hi, Oskar! Wenn du den verkaufst, gibt der dir wenig. Oskar, der Baller ist hier durch, ne? Da achte doch keiner von uns drauf. Wer ist durch? Oskar! Der Oskar hier, der KDA-Oskar! Der hat die Schnauze, ey. Der Baller ist gleich weg den Lappen. Dumm, Oskar. Mag ich gar nicht. Ja, völlig auch nicht. Ui. Das war dumm. Ja, in der Tat. Ich hab was richtig dummes gemacht. Ich hab was richtig dummes gemacht. Was passiert? Haben wir Jürgen blätseln gemacht? Hm. Na ja, Jürgen, mal gucken, was passiert, ne? Oh, oh. Allgrip war schon wieder. Aber wir haben ja nicht vorgewonnen. Wünscht mir Glück, Leute. Ich wünsch dir Glück. Warum hast du zweimal Ginsoas? Warum nicht? Das steckt doch! Ja, leider. Das steckt in dem Scheißspiel. Ja, ja. Oh, die Lulu-Ult war bitter gerade. Alter! Mein Aurelias-Solzmer. Das ist nur noch über zwei, ne? Das ist ja richtig nass. Alter, der KDA-Oskar, der hat mir gerade mal geschmeidig jetzt plötzlich Damage... Ah, Junge, diese Lulu-Ult! Nein! Ich hab kein Damage mit fucking Lulu! Oh, Titanic Hydra, Alter. Das zwibbelt. Close. Das könnte hier nochmal tatsächlich interessant werden für mich. Jetzt, jetzt, jetzt muss man natürlich ganz genau überlegen hier. Wir brauchen mehr Särgel. Ich weiß nicht mal, wer jetzt so eine Aussage hat. Duschen. In diesem Spiel. Luciano! Das soll doch machbar sein. Das ist ja nur Bart. Oh, ne, du bitte nicht! Ja, ich halte die Warwick hoch! Flieg, Warwick, flieg! Okay. Ja gut, das hab ich, glaub ich. Das funktioniert jetzt. Oh, Tim! Ah, da hab ich einen ausgedonnert! Oh Gott! Die Tristana dahin! Junge, warum habt ihr alle so viele Items? Ja, weil ich die aufsammel! Ach ne, Wayne, greif doch die Ari an, Junge! Ach ne, Wayne, greif doch die Ari an, Junge! Du, 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 du! Lass einfach nur! Also wir haben aber immerhin schon zwei Randoms rausgehauen. Oskar ist der einzige, der uns hier noch die Hölle heißt. Ja, aber den müssen wir gemeinsam bezwingen. Ja, ja, den gemeinsam kenn ich! Was soll das denn ist? Ich bin ja wohl hier immer teamdienlich. Okay. Ich 10 Runde habe hier wahrscheinlich, aber. Ich würde ihn nicht wissen. Weiß ich jetzt auch nicht, was ich davon halten soll. Hier gegen so diese Raptoren und so finde ich voll gut, macht Spaß. Ja, Mann. Finde ich auch supi. Das macht Spaß. Ich wollte gerade sagen, ich kann man nicht verlieren, aber ich sage das mal nicht. Ich sage das nach der Runde. Nee, aber diese Creep Rounds hier sind schon nicht so stark. Ich kriege halt wieder kein Item, ne? Ich habe verloren. Du hast Double Rack Spade nach deinem Maul. Jetzt hast du eins bekommen. Ja, ich habe einen Giant Spade bekommen aus der Runde, also. Hör mal auf zu flamen, Johnny. Bitte, danke. Okay. Oh, boy. Jetzt kommt noch eine Minion-Runde, oder nicht? Nee. Oh, scheiße. Kommt eine krasse Battle-Runde. Battle, 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 Alter. Das hat aber so eine Frage, ne? Oh, shit. Oh, fuck. Oh, shit, oh, fuck. Oh, Kalle. Oh, KDA, Oskar. Zwei mal Tier 3 Assassins ist doch lame. Ja, und ein Sechser-Kombo, Alter. Bumst mich halt komplett weg. Warum hast du denn so ein Iron-Ding? Ich habe so, das ist ein Blue-Buff. Kein Iron-Ding. Oh, Kalle. Aua. Warum hast du ein Blue-Buff? Das ist Elementals. Wenn du drei hast, dann kriegst du so ein Blue-Buff. Ich kann halt nicht mal gucken. Nein, Johnny. Nee, du lebst doch noch. Alles gut. Mach mich nicht nass. Halt durch. Ja, der KDA hat gerade von mir zwei Damage bekommen. Zwei? Der ist fast am Boden, Jungs. Ich krieg aber auch nur Scheiße. Ich kann euch nicht mal jetzt zugucken, Alter. Wie dumm ist das denn? Das nehmen wir noch. Warum kann ich meine Tiere denn niemandem geben? Oh, doch. Jetzt. Einfach überfordert. Ich glaube, ich klingt so oft auf ein Refresh. Ich muss immer gambeln. Nein, jetzt gegen KDA. Jungs, das war es mit mir, Freunde. Das war es mit mir. Ich bin tot. Elemental, what the fuck. Nicht Timmy. Ich werde sterben, Freunde. Nicht Timmy. Ich werde sterben. Der arme Tim. Oh, die nahe. Oh, wait. Elemental, what the hell? Los. Mein Zyklation oder Elemental? Elemental, ja. Der Blue-Buff. Ach so, der Blue-Buff. Ja, der ist anstrengend. Aber ich habe die Runde überlebt. Das ist ja die Hauptsache. Da bin ich prinzipiell bei dir. Jetzt langsam knifflig, du. Oh, shit. Kahle Kolumna. Ehre, Ehre. Er ist schnell. Und Intelel. Hä? Intelol. Oh, Vles gegen Johnny. Jetzt wird es spannend. Warum muss ich denn nochmal gegen dich ran? Ah, das ist doch zum Heulen. Ich mache den Blatt. Ich mache den komplett nass. Echt jetzt? Yo. Du hast dich ja richtig nass gemacht. Wehe, das ist jetzt die erste Runde, die ich gewinnt. Das ist nicht meine Aufnahme. Ich habe gerade 60 Gold investiert. Hätte deine Aufnahme sein können, Kalle. Ja, dann ist ja alles drin. Nee, der Name macht doch noch einen. Ah, wobei, er ist ein bisschen zezelt, ne? Redetöne ich mich jetzt. Wir sind keine Freunde mehr. Facebook-Freundschaft ist beendet. Ui. Alter. Einen Facebook-Freund weniger, das ist natürlich... Jetzt macht aber wenigstens den Oskar nass, Freunde. Facebook ist für alle da. Das ist doch so kacke, dass das jetzt... Mann. Ich verstehe so langsam, warum ihr so viel Spaß an dem Spiel hattet. Ach, man. Ist der Oskar AFK? Macht der uns gerade während der AFK ist? Vielleicht ist der gerade total perplex. Nee, der macht uns nicht. Ich habe den gerade komplett nass gemacht. Der macht hier gar nichts mehr. Ist das immer ein Free-Wid für Kalle Kolumna? Also, einer unserer Gegner ist AFK. Dann haben wir ja tatsächlich eine gute Chance hier. Kann man nur drei Items maximal haben pro Champ? Ja. Nun. Das habe ich nicht lust. Ah. Das ist natürlich jetzt tricky, ne? Gegen den Oskar muss ich ran erst mal, okay? Also Oskar ist nicht mehr da. Gegen wen feitest du jetzt, Kalle? Gegen Oskar. Der ist nicht mehr da, deswegen ist der... Nee, nee, der Oskar ist doch da. Wir sind nur ungerade Anzahl von Spielern. Das heißt, nicht jeder kann gegen einen Spieler spielen. Du spielst gegen seinen Klon quasi. Ach so. Okay. Er kriegt keinen Damage. Er kriegt keinen Damage von dir, nee. Aber ich mache den Damage hier. Das ist so unangenehm. Ich denke nicht, dass Oskar AFK war. Oh mein Gott, das wird ein Battle zwischen Kalle und Johnny. Ja, ich denke, da kann man sich festlegen. Das ist so unangenehm. Das wird mein erster Win. Ich wollte aufnehmen, es ging nicht. Das ist doch jetzt... Es schaltet jetzt auch bei Kalle ein, um zu sehen, ob auch er gewonnen hat in seiner Folge. Ja. Oder bei mir, ob ich irgendwann das Spiel verstehe. Wuhu. Oder bei mir, wenn ich mal wieder ein Video hochlade nach anderthalb Jahren. Oder ihr bleibt einfach hier. Wo ihr ihn gehört. Was soll denn das? Gerne bei Johnny bleiben, aber gebt mir bitte Abo und Glocke. Abo und Glocke. Gebt Abo. Gebt mir Abo und Glocke, bitte. Wenigstens sagt er bitte. Ach, du spielst schon wieder gegen die O. Ja, ich weiß auch nicht. Leute, und ich will nichts teasen. Johnny, ich mach jetzt übel Fremdwerbung. Ich will nichts teasen, aber bei 10k kommt bestimmt fettes Abus-Best bei mir. Was ist denn hier los? Oh, da gewinnt er vielleicht doch. LPG just sell out. Lad auf den Main-Kanal hoch. Brau mir Abus. Kalle, deine Tristana ballert ja richtig durch. Die knallt richtig in die Olga. Und ich noch nicht mal Level 3. Oder gegen den Drache. Alter, Bruder. Ich weiß nicht, ob den Yasuo wirklich... Johnny, einmal kurz zu erklären, warum hast du deine Dinger jetzt so komisch aufgenommen? Du musst gegen Trappen splitten, aber meine Leona und Paum haben die Passive, dass alle umliegenden Felder kriegen, ähm, Bonus-Ruster. Das heißt quasi, ich will die... Ich splitte die in zwei Dreiergruppen, damit der Drake sich gleich nach rechts dreht und nicht alle 8 angreift. Aber ich splitte sie auch nicht, damit die alle Amor haben. Ah. Hast du verstanden, Tim. Das ist wie, wenn du bei einem Keks die obere Hälfte abdrehst, damit du... Weil ich muss schaden, Alter. Mach schade? Ja. Geht's dir gut? Alter, der Drache macht ja gar nichts. Mir geht's immer gut. Mir ist einfach nur durchzitzig. Der Arme. Ist Oskar tot? Nee. Wusstet ihr, dass Drachen damals ausgestorben sind, während der Eiszeit? Ja? Okay. Geht's dir gut? Doch nicht so wie du im TFT spielst, wenn ich dir mal irgendwie zum Aukei-Toplane raten. Ich guck die ganze Zeit auf ein leeres Spielfeld. Wisst ihr, was das mit der Mentalität von jemandem macht? Scheinbar nichts Gutes. Scheinbar nichts Gutes. Ja. Zoom jetzt näher ran. Wusstet ihr, dass Pokémon-Kleinstein wirklich ein kleiner Stein ist? Alter. Really? Lass dich nächste Runde gewinnen, okay? Also wenn das meine Aufnahme ist. Äh, scheiße. Galle! Hey! Alter. Wir sind hyperaktiv geworden gerade. Jo. Ach so. Das ist halt die Sache, ne. Ob das vielleicht mehr Sinn macht, die zu tauschen. Vielleicht schreibt da auch noch in die Kommentare, wie ihr Johnny's Komp bewerten würdet und was ihr besser gemacht habt. Von was für einer Skada denn jetzt? Ja. Mit Minuten Timestamp. Fünf bis dreizehn. Okay. Fünf bis dreizehn klingt gut. Oh. Aber mit Timestamp, was ihr wann besser gemacht hättet. Alter. Komm mal zunächst, weil du diese räudige Glacial-Scheiße spielst. Haha. Galle. Sonny, das ist wie Cheaten. Das ist doch meine Aufnahme. Du wolltest auch in deiner Aufnahme gewinnen. Deswegen spielst du Glacial. Was, 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 was soll denn jetzt hier der kollektive Hass? Ja, richtig so. Nee. Brand auf Glacial? Nee, der ist wegen Elemente drin da. Genau, Feuer. Brand ist auch Glacial. Genau, Feuer. Exakt. Oskar lebt jetzt die ganze Zeit, weil keiner von uns gegen ihn ran muss, oder was? Nee. Der gewinnt jetzt AFK. Jawohl. Der wartet jetzt, bis ihr euch beide gegenseitig gekloppt habt. Nee, nee, nee. Der ist quasi in sieben Stunden AFK und lebt immer noch im Finale hier. Ach nee, ist sein Klo, ne? Jetzt, Kalle, mach ich das. Oder schreibt doch mal in die Kommentare, wenn ihr gerne mehr von Oskar sehen möchtet. Ich würde ihn ja gerne ranholen, ne? Gerade diesen Flash könnte man einfach mal, ne? Wow. Ja, was soll das denn? Nicht cool, Johnny. Warte, den Oskar snack ich jetzt weg. Nicht cool. Ich habe Johnny nicht gehört, hat er mich geflamed? Nein. Aber auch kein Kompliment gemacht. Da ist er tot, der Oskar. Nice. Gut Job, Kalle. Aber ich bin wenigstens Zweiter. Hey, was für Zweiter kannst du da noch gewinnen? Gib da nicht auf. Oh, Kalle, wenn du Anivia wegnimmst, hat Johnny keinen Champion mehr, den er beherrscht. Nimm Anivia. Smart. Ich weiß nicht, warum auf die Spatulat, glaube ich. Smart. Mann. Das wäre sogar wirklich gut für mich gewesen. Oh, Mann, Mann. Hätte ich Anivia zwei gehabt. Hm, Elementalist und Frostboden. Aber da hat Kalle dich einfach outsmarted. Outzunt, outplayed, outsmarted. Keine Sorge, ich biete auch Coachings an, Kalle. Nächstes Mal ein Zehner. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, wenn ihr ein Coaching von Nick mit Bart haben wollt. Genau. Von Nick mit Bart, Alter. Sollte, seid ihr für Johnny oder Bart gerade? Äh, Kalle. Für Johnny oder Kalle. Wart, 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 wach ich jetzt hier noch? Ich weiß es nicht. Fim, für wen bist du? Äh, ich tippe auf Johnny. Eieiei, was haben wir denn? Fünf Euro drauf. Ja, tippen ist mir egal, ich bin für Kalle. Kalle. Wuhu. Alter, du hast mein Bodebeer gewonshottet. Nee, jetzt die Elche oder was? Ruhige dich. Kommt schon, MF. Ulte! Ja! Oh! Oh, Ehre! Nee! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Wuhu! 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 Nur wegen dem Nivea-Puddel, Junge. Nein, nur wegen der scheiß MF auf Level 2, die reingeholtet hat. Ja, ist eigentlich wegen dem Pike. Aber ja, ja, ja! Ähm, oh shit! Das haben wir da gesehen. Hoffentlich nicht. So, Screenshot ist gemacht. Screenshot ist da. Ja, ich... Puh, schaut beim Kalle vorbei, ne? Der Rest kann nix, aber der ist krass. Tschüss. Wow! Wow!